ich habe immer stieg jetzt eingeladen er er kommt es ist Gold von Oma also er kommt es ist so ist und zwar kommt es so klar und dann 32 spieler er dafür leckt es dann nicht da ist er heute ist ein Server-Page gekommen so er 15 und so na ja auf jeden Fall wollte ich nur nochmals spielen wir erst mal nein ich wollte doch in ein Jet rein ah ich kann endlich join ja gerade sind drei Plätze frei bei uns im Team Moritz ist weg ja gut möglich ja mal wieder also Moritz den fanken wir zu Weihnachten und ich möchte jetzt diesen Jet hier also ihr könnt bei uns spenden indem ihr euch einfach bei uns auf dem Microserver ein Slot und ja also ihr spielt jetzt gerade Concurs of the Soul ne was er mhm äh hast du schon erklärt wie das von Concurs of the Soul so abgeht was da wieder ist das hat Moritz am Anfang erklärt ja was hat er denn also erzählt äh also das eine Team muss äh alles einnehmen und das andere Team hat am Anfang direkt jede Basis hat er auch noch die Einzelheiten erklärt das heißt wenn das andere Team alle eingenommen hat ähm kann keiner mehr spawnen und dann äh hat das Team die Chance zu gewinnen indem es einfach alle andere Leute äh tötet nein das wurde nicht äh das ist auch mit eins der Hauptfeatures von Concurs of the Soul Alter Scheiße Nasty hab ich da jetzt scheiße gedacht aber ne ne hab ich nämlich auch so gedacht doch von mir oh leckt mich ganz ehrlich ich hab aufm Kampfheli gewartet bin dann von der Plattform gefallen und dann spawnt er ja bei mir steht immer noch Low Level und ich weiß das bei mir steht Joining Soldier ja mein Spiel steht sowieso immer einmal ab mein Spiel steht immer dann ab wann ich gerade lade also dann werden wir laden nein ich hab äh ich hab zwei Bugs bei mir entdeckt und die kommen immer wieder vor ne die sind jetzt bei mir nicht die hatte ich früher auch das ist immer so äh Masterless über Grafikbugs war das gerade Konquest äh es ist nur auf den alten Maps Konquest gewesen ich hatte aber seit Back to Karten keine Grafikbugs mehr das ist schön dann äh gratuliere jo danke genau ähm das VGA Video ist immer noch nicht verarbeitet damit die Leute das auch mal wissen warum das nicht in HD verpflichtbar ist momentan weil äh die Leute irgendwie keine Ahnung YouTube hat mal wieder was so nachklauen aber eigentlich sollte das 1080p sein ja äh kannst du in guten Art ja noch reinhauen den guten Art lieber nicht richtig der Art werden soll rein der Paul am besten auch noch ich bin ein Russer was dann ja gut dann äh geh ich nochmal kurz ins Skype könnte sein dass ich gleich wieder die Aufnahme neu starten muss wo haben wir denn den Paul der Paul ist gar nicht on achso dann dann nicht jo so irgendwie loadet er das Level gerade nicht so wie es soll Fallschirm Fallschirm wer ist intelligent und rammt einen anderen Jet? Ich super jawoll wie muss das nämlich sein Steven machst du Fledermauts? ne ups könntet ihr etwas weniger in Rätseln sprechen das ist eine Hausaufgabe gewesen achso äh oh mein Gott ach Trace moin haha er hat er hat einen Namen hallooo äh Marcel warum steht auf meinem warum steht auf meinem jet Zaratuza klappt ich weiß ich auch nicht rein da stand auch ich bin auch gerade gewundert steht so ich frage mich gerade auch steht so in Klammern Zaratuza und dann ist es Stock so heiße ich eigentlich nicht nein toller Knarntag Zaratuza ehheh jaa nein weil mein mein meine Zitat hat habt ihr den Jet der Abzug gezogen? ich glaube dass ich gegen euch spiele weil ich bin einfach auf dich ausgefahren na ich spiele euch Marc machst du die wir haben uns aufkomme ja alter ich sitze eigentlich mit Adrian das ist ja auch schon ich bin einfach auf nein 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 ich bin grad mit meinem Jet unter gegangen so damn Schau dir rein, raketen wir vor deinem Chat doch mal raus. Ja, am besten kommst du dann auch noch auf den Server. Lukas, falls du mich nicht hören solltest, ich werde immer überschrien. Achso, wir sind jetzt in der Aufnahme und grüßen dich sehr hart. Sehr hart. Mag das Klang etwas? Ich frag mich gerade, wie man hier starten soll, weil man fällt praktisch direkt ins Wasser, aber egal. Ähm, wie sinnlos ist das? Was? Nein, ich hab schon wieder die ICM-Störsonder gemacht und die Raketen trotten mich trotz. Ich weiß immer noch Seratus-A-Stock, ich weiß. Cool. Marcel, da hast du ein feindlicher Jet, pass mal auf. Ich kille gerade den feindlichen Heli, er ist von mir drin. Wieso seid ihr eigentlich jetzt alle gegen mich? Ich meine, wir sind nicht jetzt eigentlich alleine ins Wort. Ah, Magic Cookie ist ja auch schon hier drauf. Ah, der kam, Felix. Marcel, in welchem Spot bist du? Ah, da. Äh, wir sind die ganze Zeit schon Foxtrot. Könnten die Jets jetzt nicht mal hier entscheiden, wen ich jetzt zuerst töten soll? Ich hab eben jemanden getötet. Beobachtung, C, die alleine hinzufliegen ist sehr intelligent. Ich kann meinen Jet nicht mehr steuern. Ich auch nicht, ich bin irgendwie da. Oh, ich hab gerade noch so hochgezogen. Ich kann das auch nicht mehr steuern. Äh, kann ich eigentlich noch irgendwas einbinden? Okay, wer... Achso, Steven, hallo. Du warst zu hoch. Oh Gott, ey. Deshalb konntest du ihn nicht mehr steuern. Ich kann einen Jet schon wieder nicht mehr steuern. Ja, du bist zu hoch. Achso. Hallo, Steven. Wie bist du bitte schon mal dreimal gestorben? Ich kann ja immer noch nicht Jets fliegen. Wieso, ich dachte, du bist zum Jet. Nein, ich bin mit dem Heli, mit dem anderen, aber der ist gleich sterbend. Ähm, dann lande irgendwo dann richtig ab. Ich lande nicht, ich spring gleich raus, weil wir gleich explodieren. Du hast mich gerade gerahmt, du Vollidiot. Ich spring jetzt da oben. Ah, aber mein Heli lebt noch, also ich bringe nur Reparierungen. Was geht ab? Alter, jetzt irgendein Kapitel knallt den... Oh, leck mich. Hey, Marc, was soll sein? Ich hab dich erfasst und abgeschossen. Ja, da konnte ich jetzt auch nichts gegen machen. Flares hab ich eingesetzt, aber der Heli hat mich trotzdem abschießen. Wenn er ungefähr die Beflüte zwei Meter von mir entfernt ist. Ja, das ist richtig. Man verträgt auch Flares, so. Äh, Trace. Ich warte jetzt mal gerade, dass der... So, äh, kacke. Was ist frei? Der Venom. Hm, mal gucken. Oh, cool. Ey, wie startet man denn hier? Ist ja mal asozial. Ist das ein Senkrechtstarter? Jo. Oh, wenn du nach kurzem drückst, dann startest du senkrecht. Ansonsten startest du nach vorne. Okay, okay. Ah, da ist man ja 35. Lukas, wollen wir nicht einsteigen? Also hier, Heli und so? Nö, als würde ich da rein. Viel Spaß, Marcel. Ich fliege dir. Ja. Die 35 ist sehr interessant. Alter, was geht denn ab? Und versuch, möglichst mal so ein bisschen rechts zu fliegen, weil ich rechts sitze. Wirklich nah über dem Wasser, okay? Nein! Was jetzt nun? Nah über dem Wasser oder nicht nah? Nein, nicht nah über dem Wasser. Ach so, noch nicht? Okay. Alter, lauf. Also nach rechts. Nein, nach links. Ich bin rechts. Ah, Maus, dann finde ich kein Fahrzeug. Das finde ich auch. Sehr interessant, Marcel, dass du rechts bist. Aber wir kämpfen jetzt der Festung A. Oh Gott. Hä? Ups. Alter. Ich bin, Marcel, ich bin im Jet gespawnt und ich spawne auf dem Jet. Ja, das ist ein Bug auf den neuen Maps. Dass man auf den Fahrzeugen spawnt, sobald jemand, jemand anderes, ähm, hinter drin spawnt. Warum brennt das Auto jetzt? Das tut mir leid, Marcel. Ich, ich wollte nicht so. Alter, hier fängt einfach irgendwas an zu brennen. Ich setze mich in den Buggi, hier fängt an zu brennen. In der Weg. Magic Cookie gibt mir Deckung. Ich finde das Halbium am Anfang geil. Ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Ah, das ist aus. Warum eigentlich strike-at-kacken? Naja, äh, Musik bei Echo Performance verstehe ich nicht ganz. Das ist einfach so egal. So random. Haha. Ja, fast haha. Ich habe gerade Lukas seinen... ...Dingsbums weggenommen. Sein Spielzeug. Was? Levy. Mhm. So. Ist jetzt hier jeder tot, oder? What the? Ich würde mal A eingreifen, wenn ich du wäre, Marcel. Ich sollte A eingreifen. Angreifen. Wo ist denn A? Ich muss aber eingreifen. Ich sehe A gar nicht. Ich fahre jetzt zu G. Hey, gehört uns A nicht? Ah, gehört uns doch. Was laberst du eigentlich? Ja, mittlerweile gehört uns das. Ich muss befehlen. Chef Gorö. Was, was, was ist denn los? Magischer Keks. Ah, wie folgt war es. Ich bin hier. Es war folgt. Ich wurde getroffen. Oh, äh, wo ist denn der gegnerische Jet? Ich sehe den gar nicht. Ich kann nicht mehr steuern. Lukas, ich steig ein, dann kriegst du noch Punkte, ne? Hm. Ich bin in der Intelligenzbestie, ist er ausgestiegen. Ey, du solltest noch vollkommen reparieren, weil dann sind wir schneller unterwegs. Warte. Ähm. Ja. Was passiert? Ausgestiegen wurde abgesnabelt. Aha. Na gut. Also bin ich halt nicht auch reingekommen. Schroo. Mag ich überhaupt irgendwelche Tanks auch so? So. Alles, was man immer alleine macht. Mann. Lukas, bevor du startest, warten wir kurz. Ich muss auch noch rein. Oh. Willst du nicht mehr einstellen? Ja, wenn du dann... Als ob die gegnerischen Jet Spiders nicht besetzt sind. Was ist das denn? Willkommen an... Drei mal rüber. Ich setze mich mal auf einem Haustach ab oder fliege ganz hoch, dann jumpe ich runter. Und dann tötig bin ich ganz fest. Willkommen bei Cookie Airlines, ne? Jo. Oh, kratz. Steven. Einen Absturzwahrscheinlichkeit von 80%. Ich zieh mal eben über die russische Landebahn. Das ist ja das Schlimme. Alter, was machst du denn hier? Zieh doch hoch. Zieh hoch. Alter, ich muss hoch auf die Häuser. Ich bin nicht auf dem Strand. Ja, ich muss da fliegen, damit ich erwischt werde. Also, auf welchen möchtest du? Da hinten? Oder da? Wohin kann ich Cookie Airline absetzen? Ah. Nein, da liegt die beiden. Siehst du das? Wo gerade so ein Heli draufgestossen hat, ein Kampfhelie. Ja, okay, da werde ich dich dann abziehen. Ich bin mit dem Jet auf der Straße. Oh Gott. Ich bin gerade mit dem Jet einfach so hingefallen praktisch und dann wieder aufgestanden. Und eine Abschusswahrscheinlichkeit von 20%, die diesmal zuerst eintragen. Wer hat den Heli gelandet noch? Ich habe gerade einen Jet gelandet. Lukas ist gestorben. Ich weiß gar nicht, warum du so dumm an das Haus angeflogen bist. Ich wollte ganz nach oben und dann runterspringen. Damit es wir eben nicht abgeknallt werden. Da unten ist eine Leiter dran an dem Haus. Genau. Lass dich bei mir spawnen, dann bist du da. Dann spielst du von oben raus, springen und dann Leute töten. Ja, genau. Ähm. Ja, warum kann ich hier jetzt nicht mehr weg? Wie soll denn der Mist? Mann. Das wurde abgeschossen beim Hochblättern. Ups. Ich bin gerade toll. Der Flanker ist gerade einfach in mich reingeflogen. Ja, ich habe es gesehen, weil ich gerade abschieße. Fand ich irgendwie nicht so nett. Was habe ich denn jetzt hier schon wieder für den Flicks? Möchte noch jemand mit Cookie Airline spüken? Nee, lieber nicht. Oh. Wie kann das sein? Was? Du bist ja nicht. Nein. Wie kann das überhaupt noch da? Ja, ja, ich brauche gerade Konzentration. Ah, okay. Ich cruise ja die ganze Zeit allein mit meinem WTR rum. Weil ich muss wieder auf dem Hausdach landen. Es hat einwandfrei geklappt diesmal, aber ich hatte Heli erschlagen. Magic Cookie gibt es nicht mehr. Ich hatte Heli erschlagen. Das ist eigentlich mit Moritz. Moritz hat wahrscheinlich wieder Disco. Deswegen war ihr Standweite stoppt, weil es ist offline gegangen. Adrian. Was machst du da? Alter, du fliegst gleich in die Kommandung, in diesen Tower da ab. Nein, nein. Was wird denn gerade von den Gegnern gecaptured? Ah, eh. Wo ist eh? Da ist eh. Loll, ich wurde autobalanced, das ist ja richtig scheiße. Das ist ja richtig scheiße. Tja. Hier Squad bist du. Foxtrot. Ich meine, dein ich mag, aber. Achso. Äh, ich bin gar kein Squad. Äh, ich bin wieder rübergeswünscht. Ich will nicht verlieren. Ähm, das glaube ich jetzt auch noch nicht. Tja. Hier ist der Gabelstab da. Will der niemand? Wo wäre ich jetzt schon wieder ein? Boah. Was wurde jetzt schon wieder eingenommen? Ein Trump. Ah, F. Ja, der Levy, nur. Das, das bin ich. Das ist in meinem Team. Ja. Oder was ist mein Gesicht? Spawn ich und wird's... Hast du, ich dachte, du wärst der im Auto, der vor mir da lang wollte und ich wollte in die andere Richtung. Oh, als nächstes müssen wir mal zu A. Was? Ich hätte einen Chefkoch in unserem Squad. Ja, leider nicht kocht das so. Ja. Ja. Oh, ne. Ähm. Ich seh da Leute. Im Plattenbau. Ja, ich bin nur an so einem beliebten Seitenplatz hier. Er sieht Leute. Da ist ein L.A.V. Dreh mal nach links. Das ist ein Panzer. Der, der will gerade den ganzen Kämpfer an hier. Ja, ich hab gerade mein Panzer etwas ungünstig geparkt. Etwas, ja. Etwas ungünstig. Ne, ich seh schon. Der Reifenpacker drin ist. Alles gut. Wir werden dann nur vom Jet abgeknallt. Du wirst nicht mehr an der Range von A. Ich merke es. Aber jetzt muss es nicht. Wenn du mal stehen bleibst, dann kann ich dich einfach mal reparieren. Äh, Adrian. Raus aus meinem Platz. Äh. Äh. Nein. Raus aus meinem Platz. Ich find's aber lustiger auf dem Platz. Geh raus aus meinem Platz, mein Lieber. Wir sind im selben Team. Raus jetzt. Nein, 99 Prozent. Ich bin auch noch ein Prozent. Ach, ich mag den Platz, so. Ich glaub, ich bleib hier noch ein bisschen. So schnell schütterst du die? Was? So schnell hast du ihn getötet? Ja, ATM. Ich hab grad ne Combit Fiancy-Nadel bekommen. Fiancy. Da ist eben jetzt jemand langgelaufen. Nein, gefein. Dann töte ihn. Der hat sich hinter einer LV versteckt. Ich kann... Kann man da nicht ran. Der fällt jetzt hier grad weg. Dem Jeep da. Da vorne kommt ein Panzer. Ist natürlich jetzt außerast ungünstig, dass der Mark im Panzer sitzt. Und dass uns noch ein Flanker bombardiert hat. Woods hat ja eigentlich Luftradar und Raketenwerfer. Das widerspricht sich doch selbst. Wieso? Weil er ist so. Nein! Ich bin bei Start gestorben. Wie geht das denn? Äh, ich bin mit Vorfahren. Oh, ich hab mich schon ein MSS-Opfer. Alter, hier sind so viele. Halte erst um Aufheben. Oh Gott. Dann wusste ich schon, dass das C4 war. Ja, warum sind da so viele? Wo sind viele? Ich bin nicht in deinem Team. 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 mehr fliegen wo auf der anderen Seite nein oh mein Gott auch Gott Alter was geht ab ich hab ein Double Kill im Heli gemacht ich halte mich fest weil ich immer noch im Heli dran hat sich abgeschossen warum sind die Lichter eigentlich Alter ich brauche im Jet endlich mehr Punkte das ist kacke ich kann doch niemanden abschießen ich hab gar keine Raketen ich hab wieder einen Gegner eliminiert eben du musst uns nicht jedes mal Bescheid sagen wenn du einen Gegner eliminiert hast und ich hab fast nicht reingeflogen soll ich dir das auch nicht sagen aha das wäre jetzt nicht nice der Heli Flieger hier Alter ja macht denn der ja Heli Flieger hier von uns oder von den Gegnern von uns von uns ich fand der war cool der für Kreise hier dreht ey ich bin mal ganz kurz AFK ok du darfst einfach sowas richtig gespielt auf ja und und Das war's für heute. Vielen Dank.